Jetzt mit den Schuh draus. Okay, marschieren. Und tief einatmen. Ein und aus. Nochmal ein und aus. Ein und aus. Nochmal ein und aus. Wir gehen Step Touch Side. Okay, greiß mal die Schultern. Und Halbarm dazu. Und große Arme. Okay, zieh die Arme nach oben. Und zur Seite. Nach oben. Okay, die Arme machen weiter. Und wir machen dazu eine Leg Curl. Jetzt Arme nach vorne. Sehr schön. Okay, Arme cut. Und die Arme ist elektronisch. Nimm die Arme nach oben. Die Arme machen wieder weiter. Und vorne in die Lüft dazu. Arme nach unten. Zieh. Genau. Okay, jetzt machst du einen ganz kleinen Hopp dazu. So, den Lift zweimal. Und jetzt bleib auf einer Seite. Mach hier weiter. Immer weiter. Noch vier. Drei. Zwei noch. Ein Wechsel. Hopp. Der Dino ist auch da. Im Wechsel. Hopp. Ja, der ist so elegant wie ich. Das ist jetzt. Arme locker. Mach einen Kick. Okay, zur Seite. Sehr schön. Bleib hier. Auf einer Seite. Noch vier. Drei. Zwei. Und wechsel. Vier noch. Drei. Zwei. Und Mitte. Bis Seilspringen. Jetzt. Jetzt. Tief. 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 Hopp, hopp. Tief. Hopp, hopp. Tief. Bing, bing. Hopp. Back to the old school. Back in the day. Back in the day. Nochmal. Nochmal. Yep. Und tief. Und tief. Noch vier. Drei. Zwei. Nur tief und hoch. Yep. Hup. Hup. Hier, noch mal, noch mal. Hopp. So, jetzt bleib unten. Hier, noch vier. So, wir bleiben schön tief. Laufen zur Seite, ja? Und rüber. Yep. Sehr gut. Jawohl, noch mal, noch mal. Und tief vorne. Yep. Okay, bleib noch mal unten. Jawohl, viel Luft. Okay, jetzt gehen wir nach vorne. Hopp. Und zurück. Vor. Zurück. Vor. Hopp. Zurück. Jawohl. Hopp. Noch mal, noch mal. Sehr schön. Noch vier. Drei. Zwei. Mitte, tief und hoch. Hopp. Jetzt eine Seite. Geht nach hinten. Tief. 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 Hopp. Hopp. Sehr gut. Noch mal die Seite. Hopp. Okay, da gehen noch acht. Hopp. Noch vier. Okay, Bein weg. Und ab. Jawohl, ein paar kommen wir noch. Noch acht mal. Yep. Noch vier. Und noch mal Mitte. Tief und hoch. Hopp. Vier noch. Drei. Zwei. Und marschiert. So, bleibt in Bewegung. Trinkt was und die Gewichte dann dazu. Wir bleiben im Marsch. Arme Seite. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Arme nach vorne. Und wieder. Hopp. Keep on lifting. Hup. Jawohl. Zeit. Noch vier. Noch vier. Drei. Drei. Zwei. Jetzt zur Seite. Vor und tief. Zeit. Vor. Tief. Zeit. Vor. Tief. Zeit. Vor. Tief. Tief. Nochmal. Zeit. Vor. Tief. Zeit. Vor. Tief. Zeit. Vor. Tief. Zeit. Vor. Tief. Tief. Okay, wir gehen ganz nach oben. Langsam. Yep. Bleib jetzt oben mit den Armen. Und zieh nur zur Schulter tief. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. 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 Jawohl. Nochmal acht. Tief. 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 Und Arme locker. Also leichte T 하면 es schwer zu retten. Noch. Tiefen. Tief. Okay, Beine leicht öffnen. Wir bleiben stehen. Oberkörper nach vorne. Hier wieder schön. Rücken ranziehen. Bauch nach innen. Kinn ranziehen. Ein Arm hoch. Kennt ihr ja schon. Genau. Okay, und beide Arme. Bauch schön festmachen. Okay, jetzt gehen die Arme wieder hoch, seit, tief. Hoch, seit, tief. Hoch, seit, tief. Hoch, seit, tief. Nochmal. Eine noch. Wir bleiben noch vorne, nicht aufrichten. Arme nur seit. Nur die Seite. Jawohl, nochmal. Und jetzt bleib vorne. Arme nach hinten. Wegdrücken, ja. Zurück. Zurück. Noch mal. Noch vier. Drei. Bauch fest nach innen ziehen. Vorne bleiben. Und die Arme nur hinten. Kleine auf und ab. Okay, komm, noch acht mal. Bleib, bleib. Noch vier. Drei. Zwei. Oh, locker. Okay, habt ihr noch Luft? Ja. Geht schon noch was? Elke kommt auch dazu. Hi. Okay, ein Bein nach hinten. Jetzt gehen wir tief und lift. Tief und lift. Tief und lift. Hier nochmal, nochmal. Nochmal, ja. Noch vier. Drei. Zwei. Halten. Nur nie lift. Jawohl, sehr gut. Sehr gut. Und nochmal acht. Hopp. Noch vier. Drei. Zwei. Okay, wir wechseln die Seite. Und wir gehen tief, lift. Tief, lift. Ja, hinten das Bein schön beugen. Sehr gut. Noch vier. Drei. Zwei. Und nur lift. Ein. Und noch. Okay, einmal acht noch. Komm. Und noch. Vier noch. Und halten. Sehr gut. Wir gehen nach unten. Okay, wir gehen dann auf die Knie. Brauchen noch schnell einen Schluck. We gotta go in on. Nehmt euch eine Handel. Und hinten einklemmen. Jetzt auf die Unterarme. Bauch schön nach innen ziehen. Und das Bein seitlich hoch. Wir gehen auf die Knie. Genau. Sehr gut. All right, all right, all right. Jawohl. Okay, noch acht Mal. Noch vier. Jetzt kommen wir auf die Unterarme, Beine nach hinten und nur nach oben pumpe. Genau, oben halten. Jawohl, lass den Lacken entspannt. Ich sag euch, wenn es wieder was zu sehen gibt, noch machen wir einfach weiter. Noch für acht Mal. Noch vier. Und halten. Nimm das Gewicht. Wieder auf die Hände. Okay, das Bein lassen wir jetzt einfach nur hinten. Nur den Arm. Ja, nach oben. Hier nochmal. Noch vier. Und halten. Setzen wir uns hin. Okay, Hände nach oben. Und dann zurücklegen. Arme nach vorne. Ein Bein anheben. Noch vier. Und das andere Bein. Noch vier. Und beide Beine unten. Okay, bleib noch hinten. Die Gewichte können da weg. Und wieder auf die Hände. Noch vier. Drei. Zwei. Und nach oben. Wir machen die andere Seite vom Bein. Okay, Handel einklemmen. Und andere Seite nach oben. Ja, immer schön den Bauch nach innen ziehen. Das ist nicht vergessen, dass der Rücken gerade bleibt. Hier noch acht Mal. Noch vier. Okay, auf die Unterarme, Bein zurück. Und nur nach oben drücken. Ja, den Nacken entspannen. Gibt im Moment nichts zu sehen. Jawohl. Und ein paar machen wir noch. Noch acht Stück. Noch vier. Und abschließen. Okay, die Handel rausnehmen. Bein zurück und nur anheben. Nur den Arm. Hoch und vor. Jawohl. Und noch mal, noch mal. Hopp. Noch vier. Und noch vier. Und halt. Okay, setzen wir uns wieder hin. Ein Bein anheben. Gegenüber den Arm an die Seite. Und dann geht er noch rüber. So, ein bisschen tief und hoch dazu. Noch mal. Hopp. Noch vier. Und halten. Okay. Andere Seite. Und ab. Noch vier Mal. Und halten. Stützt euch ab. Und Beine wechseln nach vorn. Jawohl. Ja, da gehen immer noch ein paar. Beine wechseln nach vorn. Hier, noch acht Mal. Noch vier. Und halten. Beine, nur Seite. Leichtes Seite bewegen. Genau. Jawohl. Noch mal, noch mal. Hopp. Okay. Geh noch acht Mal. Hopp. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und acht. Yeah. Puh. Schwitz. Okay. Kommt ja wieder auf die Knie. So, macht euch so ein bisschen länger. Also ganz leichter Stütz. Aber jetzt hier nicht durchhängen, sondern Bauch fest nach innen ziehen. Okay. Und jetzt die Knie an. We break it down. Genau. Nur die Knie nach oben. Let's break the house down. Und jetzt die Knie nach oben. Ja. Noch acht. Noch vier. Und halt. Gut. Okay, etwas enger als ein normaler Vierfüßlerstand. Bauch wieder korrigieren. Und dann im Wechsel. Genau, nochmal. Noch acht Mal. Noch vier. Und Hals. Ich brauche einen kleinen Schluck. Okay, noch ein bisschen Bauch. Sideheben zuerst. Also abliegen. Und beide Beine hoch. Do what you love. Damn, it's shocking. Enjoy life for the fullest. Follow your dreams. Get your kicking hands off. Jawohl, nochmal. Ich find peace in his arms. Oh, I get used to this. I make a grab grab. No, I'm a serial killer. Noch acht Mal. Hup. One, two, one, go dance. All right, three. I can't trust you anymore. Sehr gut. Noch vier. Oh, zieh die Beine an. Lass die Beine auf der Seite. Dreh dich auf den Rücken. Und Oberkörper gerade an. You can find me in the floor. Wow. Ja, nur gerade nach oben. Und ab. Hier nochmal. Hopp. Noch vier. Und halte. Möxel mal die Seite. Und wieder beide Beine hoch. One, two. Clap your hands. Ja, doζ O. One, zwei. No, denenります wird nicht klar. Die Welt ist auch eine Tausende. Wir sind in den Bürgern und die Dächtigkeit突enden. Und der sie noch Noch acht Mal. Noch vier. Sehr schön. Zieh die Beine ran, lass sie auf der Seite liegen. Dreh dich auf den Rücken. Und Oberkörper gerade anheben. Jawohl. Hopp. Okay, noch mal, noch mal. Hopp. Okay, noch acht Mal. Und ab. Und auch schön gerade anheben. Noch vier. Und halten. Leg dich auf den Rücken. Beide Beine nach oben. Hände, Nacken, Oberkörper anheben. Und jetzt den Po nach oben anheben. Genau. Hier noch mal. Oh, na. Sieht man, das ist meine schicken Socken. Hier noch mal. Noch vier. Und hier halten. Jetzt geh nach oben. Diakonal. Zu Fußspitze. Hier noch mal. Ab. Jawohl. Sehr gut. Noch vier. Acht. Noch vier. Und halten. Hände, Nacken. Im Wechsel. Ein Bein. Tief. Ja, Rücken fest auf die Matte drücken. Die Beine gehen nur so tief, dass der Rücken schön unten bleibt. Ja, genau. Dass der nicht abhebt. Und halten. Und halten. Jetzt gehen wir hier seitlich vorbei. Zieh dich schön weit nach vorne. Hände. Der nicht mehr so tief. Kiechie spreads auf die Matte drücken. Tief, wie gut aus? Tief, wie gut aus? Tief, wie gut aus? Und halten. Mit der Hände in den Nacken. Und jetzt hier nur ranziehen. Jawohl. Noch vier. Und Beine aufstellen. Oberkörper hoch und tief. Gerade nach oben. Okay, noch acht Mal. Noch vier. Jawohl, sehr schön. Legt euch hin und streckt euch aus. Timo? Timo, kannst du Musik wechseln? Deinen. Dehnen. Jetzt. Okay, macht euch ein bisschen schief wie so eine Banane. Richtig den Arm auch rüberziehen. Und zur anderen Seite. Und zur anderen Seite. Und zurück zur Mitte. Leg ein Bein über das andere. Und dann ziehen wir beide Beine her. Und wechsel. Andere Beine drüber. Und zur anderen Seite. Ja? Und zur anderen Seite. Und zur anderen Seite. Und dann komm nach oben. Wir setzen uns hin, ein Bein überkreuzen und das Bein ist auch richtig. Mach den Oberkörper lang und das Knie zur Brust ziehen. Und absetzen, nach hinten abdrehen. Und wieder zurück nach vorne. Das andere Knie ranziehen, den Oberkörper wieder schön lang machen. Und überkreuzen und zur Seite hin abdrehen oder nach hinten. Und wieder zurück. Dann gehen wir in den Stütz. Beziehungsweise in den Vierfüßlerstand. Besser gesagt, ein Bein nach hinten zurück. Das andere Bein auflegen und die Ferse Richtung Boden drücken. Und wechseln. Und das Bein abstellen. Lauf hier zurück. Und dann roll dich langsam nach oben auf. Ui, es geht von vorne los. Und locker. Und dann tun wir tief einatmen. Und aus. Und nochmal ein. Und aus. Aus. Bis zum nächsten Mal.